Willkommen zurück, YouTube. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Gut. Ich war in mehreren Auffällungen auf Session in Ski-Hutels und so weiter. Hm. Da hast du ja sicher einiges erlebt. Im positiven wie im negativen Sinne. Ja, aber machen wir mal aus. So muss das aber sein. Erfahrungen sammeln und aus den Schlechtesten lernt man am meisten. Korrekt. Absolut korrekt. Na, ich bin ja auch so ein Typ, wenn ich irgendeinen Fehler bei mir finde, versuche ich den zu überseitigen. Weil ich bin, habe ich glaube ich schon ein paar, ein oder zwei Mal erwähnt. Ich bin so ein Typ, ich will, naja, morgen ein bisschen besser sein als heute. Egal in welchem Bereich. So, das haben wir jetzt. Und jetzt nüch, wie raus, ja. Wer bist du eigentlich? Wenn du halt einen Familienbetrieb abgebildest, dass da vielleicht noch bevorzubrein wird, bist du danach total realitätsfremd. Und das kann ich mir vorstellen. Der Vorteil wäre dann allerdings, du kennst den Laden in- und auswendig. Seine Stammgäste, deren ganze Geschichte. Und würdest du quasi in den Familienbetrieb reinwachsen. Was hat eben alles so seine Vor- und Nachteile? Wohin muss ich denn jetzt eigentlich? Ah, okay. So geht das, gut. Ah, ein bisschen leiser machen. Da hilft nix, da ich ihn eh total umgebaut habe und auch eine ganz andere Zielgruppe habe nach der Übernahme. Ah, okay. Na gut, dann ist es natürlich... Dann ist es natürlich was ganz anderes dann. So, jetzt gehen wir aber mal raus. Ins schöne Städtele. So. Schlosstor. Steht das Schiff wirklich. Ich glaube, jetzt müssten wir richtig sein. Ja, Tee, da hast du recht. So. Jetzt sind wir draußen. Ah. 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 Jetzt sollten wir vielleicht erst mal uns ein Lichtlein aufgehen lassen, benutzen. So. Ich habe den letzten Stream noch angeschaut und... Wow, Tee ist eisbar hart schon rein. Oh ja. Ich bin absolut happy, dass ich nicht, äh, sozusagen Opfer davon werde. Nee, noch nicht. Wie weit müssen wir jetzt laufen? Ui. Ja, das ist aber... Ist schon ordentlich. Das heißt, wir müssen dann aber an der Kreuzung links rein. Okay, links raus. Was hat sich das Ding dort glatt verkleinert hier? So. Wo ist das? Hm. Na gut. Ich dachte, es wäre länger. Gut. Na, wenn es nur so kurz ist. Schönen wieder. Was. Ich bin. Dann geht es um. So. Yeah. Jetzt sind sie alle tot, die... So, aber gehen wir mal weiter. Sind wir jetzt schon an einer Kreuzung? Ja. Links, los. Ich war nicht so nett an diesem Ort. Ich kenne den Weg, Master. Seid mir. Es war meistens wie eine Schauspaste. Nicht vergessen, wenn du vorausgegner siehst. Schuhe, Reihe, Hilfe, dann zaubert dir die Waffen zaubern schon auf deiner Waffe, bevor es losgeht. Okay. Wohin wollt ihr? Warum bleibt ihr da? Ist das etwa nicht der richtige Weg? Was ist das? Was ist das? Äh, was ist denn los? Das hat hier auf einmal alles verkleinert. Na? Da hat sich auf einmal alles verkleinert. Äh, halt. Ich lege zu mir. Alles tot, du darfst. Ja, alle tot. Na ja, gut. Aber zumindest weiß ich jetzt, wie es geht. So, kann man euch leerlutschen? Ihr habt nichts dabei. Gut. Halt. Ich nehme das. So. War has not been kind to this place. Äh, ich muss doch so rum. Gut, aber eigentlich sollte es hier lang gehen. Jetzt kommt ihr mir nach. Aber eben wolltet ihr neulich. Hm. Da habt ihr noch überhaupt nicht gewusstet, wo es lang geht. Ah ja, gut. Ah, aber wir speichern das Sicherheitshalber mal. Na, da. Ja, ja. Stray from the roads and we'll soon find monsters arisen. Ja, guck, ich bin nur die EWI wieder. Irgendwie glaube ich, ich bin ein wenig schwer beladen. Ja, ich bin schwer beladen. Gut. Geister bespüren. Fremdländische Messer. So. Tonkrug übergeben. Bin immer noch schwer. Geben. Hä? So, was haben wir hier noch schönes? Materialien. Ohmholzsaft. Was kann man das kombinieren? Hm, schwer. Ich habe immer noch ein wenig. Hacke, Sichel. Ah, nee, ich glaube die Hacke war schwerer. Ja, okay, kein Tier kann auch mal was fragen. Hacke, kann man auch mit was kombinieren. Wenn wir mal ein Kien sparen, gut. Aber, aber... So, jetzt bin ich nur noch schwer. Machen wir es mal so. Und zack. Zack. So, gespeichert. Ich. Und er ist 14. Ja, korrekt. Äh, Gulchen. Ah, gut. Es ist Tag. Sparen wir mal ein bisschen Öl. Ähm. Da. So. Dum, dum, dum. Eins drücken. Achso. Ja, stimmt. Das hast du gemeint. Was ist das schon? Gut. Hm? Was ist denn los? Ha. Und wie will er jetzt? Spinnt mein Computer ein wenig. Sollte auch wohl eine Mine sein. Ja, hab ich, glaub ich, schon gesehen. Ähm. Durchquert haben solltest, ne? Ha, 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 ha. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Die Katakomben. Na. Da. Ups. Äh. Weg zurück. Die hinweg. Goblin! Wir müssen mal kurz was gucken. Uff, 90%. Wir müssen sogar eine Quest dafür sein. Gut, dann machen wir mal das kurz aus. 90% Auslast, Swap. Ulla, ulla, ulla. Schon wieder. Ich glaube, jetzt habe ich mich irgendwie verlaufen. Ich habe mich nicht mehr 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 verlaufen. Schade. Naja. Hast ihn halt verschreckt. Aber vielleicht passt er ja Mut und ist beim nächsten Mal länger dabei. Hm. Das dauert jetzt zu lange. Uff, 91% Memory Usage. Wo kommt das denn auf einmal her? Ja. Ja. Das dauert jetzt extrem lange. Das dauert jetzt sowieso. Euch in meinst Zeitung. Das dauert doch ab.